Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier am Donnerstag, dem 2.2.2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1311. Und ja, ich habe heute ein bisschen zu früh aufgezeichnet und deshalb kann ich noch nicht sagen, was ich weiss, was Samsung heute Abend zeigen wird. Ab 19 Uhr, aber ihr wisst es ja, dann vielleicht jetzt schon. Ansonsten, morgen sollte ich, wenn alles klappt, bei Samsung sein und dann kann ich es mir anschauen und euch ein bisschen darüber berichten. Die heutigen Themen sind Baidu, Elementary OS, OpenAI, Elon Musk, Apple und Orion. Ich starte gleich mit Baidu. Baidu ist ein Suchmaschinenhersteller und Tech-Gigant in China. Die machen nicht nur Suchmaschinen, analog Google und nicht Xandex, wie heisst das schon wieder in Russland, Suchmaschinenanbieter, der auch führend ist im Bereich des automobilen Fahrens. Und die kooperieren mit deutschen Herstellern, also Autoherstellern, nicht Suchmaschinenherstellern. Genau, dazu habe ich die Tage schon mal eine kurze Meldung gehabt. Und das basiert auf einer, glaube ich, acht- oder siebenteiligen Serie auf Heise. Ich verlinke euch heute noch einen weiteren Artikel, in dem ein bisschen beschrieben ist, das, was ich eben schon angedeutet habe in der letzten Episode, dass das gefährlich werden könnte für die deutsche Automobilindustrie. Und ich glaube, es ist sehr stark gefährlich, aber man möchte ja nicht mit Apple und Google. Mal schauen, wie das dann schlussendlich ausgeht. Elementary OS 7, mein, nicht Lieblings-Linux, aber doch, sagen wir so, in der breiten Masse mein Lieblings-Linux. Denn es ist das Linux, was am hübschesten ausschaut. Ich weiss, das ist Geschmackssache, aber es ist das, was für den breiten Geschmack, wenn ich jemandem, der keine Linux-Erfahrung hat, ein Linux empfehlen möchte, ist es immer Elementary OS, weil man darauf sehr einfach arbeiten kann. Es ist relativ Mac-ähnlich, kommt jemand von Windows, gebe ich ihm eher mit, aber eben, es ist Mac-ähnlich. Es ist ein auf Ubuntu-basierendes Linux, das optisch schön daherkommt und das einen gut gepflegten und praktischen App-Store hat, ein sogenanntes App-Center, worüber man eben verschiedene Apps sich installieren kann. Einfach ohne im Terminal rumzutippen, einfach und grafisch. Ist, wie gesagt, Elementary OS in der Version 7.0 erschienen, habt viel Spass damit, wenn ihr es nutzt. Ansonsten probiert es doch mal aus, irgendwo einen alten Rechner hat jeder rumliegen. Die Entwickler von ChatGPT haben ein Tool herausgebracht, das jetzt einige Lehrer zum Aufschnaufen bringen wird. Denn es gibt die Schüler, die sich die Aufgaben über ChatGPT schreiben lassen. Text-AI-Text-Classifier nennt sich die App und die ist darauf spezialisiert, Texte ausfindig zu machen, die von Chatbots geschrieben wurden. Also zum Beispiel von ChatGPT. Na dann, Happy-Raus-Finding oder wie auch immer. Ich bin mal gespannt, es soll aktuell eher für Texte, die von Erwachsenen geschrieben sind und Texte in englischer Sprache funktionieren. Mal schauen, ob es dann auch irgendwann in Deutsch kommt. Twitter Pay, möchtet ihr euch noch erinnern? Das war doch mal was mit Dogecoin und so weiter. Es schaut ganz so aus, als ob Elon Musk jetzt eben genau das bringen möchte. Also Dogecoin, bitte halte das zurück. Aktuell bemüht man sich, um die Möglichkeit, sprich eine Lizenz zu bekommen, damit man zumindest in den USA Payment-Geschichten machen kann. Was möchte Twitter? Twitter möchte, dass ein Nutzer im anderen Nutzer etwas bezahlen kann. Dinge, die man ja schon immer wieder mal gehört hat. Elon Musk will ja da eine, oder vermeintlich möchte er eine super App draus basteln, mit Kommunikation, mit allem Möglichen, was halt im Leben alles so um sich herum schwirrt. Und dazu gehört eben auch das Bezahlen. Das zweite Gerücht, was darum freut, ist eben, dass der Kryptowährung, was man auch mit einbinden möchte, neben den gängigen Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Und da kommt natürlich der Dogecoin wieder zum Zug. Wie immer, in den Shownotes habt ihr einen Link, zum euch weitereinlesen. Das könnt ihr auch über das Thema von Apple-Produktionen. Die haben nämlich jetzt bekannt gegeben, oder besser gesagt, Bloomberg hat herausgefunden, dass Apple die AirPods, oder zumindest ein Teil der Produktion, nach Indien verlagern wird. Da wird ja auch schon das iPhone 14 und weitere Geräte bis im Jahre 2015 zu einem Viertel der gesamten Masse hergestellt. Das Bewegen der Produktion von Apple aus China raus, wo sie sich in den letzten 20, ja doch 20 Jahren sehr stark eingenisset haben, da riesige Fabrikhallen haben mit errichten lassen und auch die Zulieferindustrie in die Richtung angezüchtet haben, die bringt man natürlich nicht so von einem Tag auf den anderen weg. Aber China könnte irgendwann zum Problem werden, vor allem jetzt, wo die USA noch mehr gegen Huawei schiessen, diese lustigen Vögel, da muss man sich wappnen und deshalb bereitet sich Apple da sehr stark vor. Oder ist es am Forcieren? Ich bin sehr gespannt und hoffe es natürlich schwer, dass ihnen das auch gelingen wird. Zu guter Letzt ist, neben dem neuen Betriebssystem gibt es auch eine neue Browser-Version, die nämlich vom Orion-Browser, die hat ein Update bekommen. Jetzt kann man querliegende, also vertikale Tabs ansteuern. Über 80 weitere oder 79 weitere Funktionen sind mit dabei. A, V, I, F Bildformat ist mit dabei. Man kann die Surf-History löschen und noch ein paar weitere Kleinigkeiten. Plus du kannst das Ganze mit deinem iPhone-Browser verknüpfen, der auch von Orion ist, wenn du den nutzt und kannst das Ganze natürlich dann über die iCloud synchronisieren. Sehr, sehr praktisch und der soll auf dem Mac sogar noch schneller als der Safari sein. Muss man mal ausprobieren, wenn man sie Zeit findet. In diesem Sinne, das war's mit den Neuigkeiten. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.